so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal sachen paul hier im stadt ja freunde freunde des guten geschmacks forsa reißen 1 video nummer 36 doch bevor wir weitermachen würde ich mir natürlich über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr mich mit kostenlosen abo unterstützen wollt dann einfach den abo knuff betätigen schon seit der power army dadurch die glück aktivieren um nicht so zu verpassen und jetzt bei euch klingelt und wissen ganz genau sachen paul ist am start sachen bauten video geladen sachen power ist last im game und wenn jemand im letzten dabei sein wollte dann auf www.deutsch.de.de oder den link in die video beschreiben nutzen und wenn jemanden drin gelter lassen möchte dann auf www.paypal.de slash xsdx power dachten link in die video beschreibung nutzen ja meine freunde vor reisen sind wir noch voll dabei und wir fahren jetzt natürlich zum nächsten ding wo wir machen wollen ja ich würde sagen wir machen hier oben jetzt den south beaum und außenposten würde ich mal einfach zu sagen dass einfach gerade strecke durch rasen denn machen wir jetzt davon jetzt einfach zu schaffen wir haben hier natürlich keine tafeln mehr hier kann man auch einfach aber hier waren wir schon das sehe ich schon das habe ich schon gesehen also durch meine müssen wir weiter und halten die augen offen aber auch schon drin sagt 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 wo eine schöne reihe dem die punkte die müssen wir jetzt mit dem genau wir kriegen ja bald jemals so weitermachen kriegen bald gehen muss so haben wir den hauen außen posten kommen wir jetzt halt auch mal ab und fahren dann auch rein in der tafel steht da steht da sind wir jetzt zu machen gehen wir rein hier so erst dann so 267 km h eine minute dreißig zeit machen wir ganze scheiß direkt da wenn sie die von uns gesetzte zeit am blitzer unterbieten trinken belohnungen das weiß ich doch du schneckchen scharf nach links hoch erotisch die stimme 267 km krass ist ein autos ich kann es einfach nicht auf genug sagen dann kommt kurve kurve kurven sind immer scheiße weil man lenken muss und sich da das auto verlangsamen kann das war scheiße oh gott sei dank es gibt nicht viele fahrer die das schaffen ja schön lau meines volles labberstuhl stubb gelernt wer kennt es noch unser teddy comedy war auch geil so fotoshooten um alfa romeo schießen sie ein foto von dem auto mit der crow gold mine and mile im hintergrund machen wir fahren wir dahin machen wir ein foto wir brauchen ein tolles foto von diesem auto fahren sie für fotolocation und schießen sie eins mit schönem hintergrund aber fahren sie vorsichtig ich brauche keine bilder von einem frack ja so wird auch mal was neues ha 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 so schönes bild von einem teuren haufen schrott verschwind hau 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 doch ab von der strauss 3 es er wird mehr fasten fast dafür weinand referiergeschäft der herd nachricht abbiegen sind 200 meter haben sie jetzt erreicht wir haben ihr ziel erreicht so oder modus so das ist die mine die musik sitzen was sagt sie dann wenn sie ein bild von mir sieht so geschafft scheiß aufgaben aber wir müssen sie machen so jetzt wissen wir was es heißt es nur punkte machen ja in zwei minuten 20.000 punkte die presse wartet auf sie und ich auch wir wollen sehen was sie drauf haben ja das bürttemberg das bürttemberg schriftling man trifft aber auch das hier vorbei wo sie noch die seiten streift jetzt genau und schrift noch kurz eine zerstörung mit noch eine zerstörung noch mal bis in zerstörung genau aber noch hier sind so gut gemacht seit 100 der popularitätsrangliste aber nicht in einem auto vorbei und schützt vorhin auch mit das punkt super man trifft fast und ich hasse es du kleine dreckige dreckshure alter man aber wir haben das ist gut daran meine die punkte doch gerade noch gut geschrieben die 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 das war klasse aus ich habe mich mit das ist mal will sie mitfahren und frage ich habe mit ihnen die waldmädel ja und dann setzt sie mich aus so die haben wir geschafft diese pr scheiße da gut so meine freunde das heißt das heißt wir haben jetzt natürlich wieder das ende des videos erreicht meine freunde wenn ihr das video gefallen hat auch mit dem ganzen fluche und geschimpfe gerne einen daumen nach oben da lassen und wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen wollen dann einfach den abo knopf betätigen schon seit in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingen dann ist ganz genaue sachen bau ist um starten bauten video geraten sachen bauer ist last im game und wenn man im live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv oder link in dem video beschreibung nutzen und wenn jemanden gelder das möchte dann auf www.paypal.de oder auch da den link in der video beschreibung nutzen ja meine freunde jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen außer lasse ich nicht gerne nicht wenn man es weiß wenn ich schlafen geht dass die hände über der bette gespielt nicht an euch selbst warum das eurem partner machen alles andere ist gelauft ich bin dann raus wir sehen uns im nächsten video im nächsten letzten wieder macht's gut und bis dann ciao